Hallo Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction, wir reagieren auf Firat und K.A. Arabamla heißt das Song, official music video. Arabamla heißt halt, ne, Araba Auto, Arabamla mit meinem Auto. Okay, bin ich mal gespannt, ob da auch türkische Sachen, Parts, Lines vorkommen oder ob es nur das Wort ist. Bin ich gespannt, Leute, wir gehen kurz in die Infobox aber noch rein. Single jetzt überall erhältlich, Channel, King Kong, Kuku, BTK, Merchant, wo steht denn Beat und so? Okay, Beat, Cem Tomac, okay, Mixo Masters von IC Beats und CF55, Regie, Kameraschnitt, Kevin, Gordienko. Also Gordienko Films haben wir am Start, wissen wir jetzt auch Bescheid, steht alles im Titel drinne. Let's go, lass nicht so viel labern und lass uns jetzt den Song geben. Warum ist das so leise? Okay, es ist, es ist auch türkische, türkische Lines sind auch mit dabei. Okay, gut, ich freue mich. Ich freue mich, ich weiß nicht, ich fühle einfach die Kombo Deutschrap und eine andere Sprache gemixt. Sei es türkisch, jede andere Sprache, fühle ich einfach gerne. Okay, let's go. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Oh, Junge, das hat sich stark angehört. Oh, Junge, das hat, boah. Abo, ich hab nicht mehr Ist Akku leer? Digger, ich weiß auch auf jeden Fall, dass Ka eine stabile Stimme hat Also er kann singen Ich würde mich freuen, wenn der das oft mal zeigen würde In den Songs, seine gesangliche Stimme raushauen würde Weil das hat sich gerade nicht schlecht angehört Okay, Digger, die liefern gerade ab Erst 3 Sekunden, ich bin schon geflasht Boah 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 Es ist ein Mix aus Sprachen hier gerade drinnen Und es hört sich auch gut an Stark Okay Ich frage mich, ist hier auch Deutschrap da? Reagieren wir noch auf Deutschrap Oder ist nicht mehr Deutschrap Was ist hier los Bruder Ich dachte erstmal Die werden nur ein Wort Deutsch Äh Türkisch Ein türkisches Wort Aber der Rest wird Deutsch sein Ich glaube 10% ist hier Deutsch Boah ich bin kurz davor Wieder die Kontrolle zu verlieren Ich muss sagen Das was Ferhat hier macht Dieses Ne Hört sich sehr sehr gut an Hört sich sehr 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 gut an Die Stelle Sorry dass ich hier früher pausieren muss Aber sonst wird leider gesperrt Aber wo er dieses sagt Da folgen diese schnellen Drops auf einmal Sehr sehr passend Sehr sehr passend hier Decker ich sag mal so Die Pause Nach dem Drop auch Ist auch passend Ist auch passend Decker was machen die hier Was machen die hier Komm lass uns rum fahren Bambaschka 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 Nasse Taten Nasse Taten Also sie ist süß Ne So wie Karamell Hört sich gut Ich mach auf Google Übersetzer Was ist mit mir los Bruder Keine Ahnung, was bei mir abgeht Naja, Gordianko Films, Props gehen raus Produzent Cem, ne Props gehen da raus, Ferad K Die haben da was Gutes auf die Beine gestellt Wann, was erinnert mich das? Hadi gel gizelim Musaklara gidelim Arabamla Gizelim Arabamla hat mich jetzt daran erinnert, ne Ja, ja Warte, ich hab zu früh pausiert Ich geh nochmal hier hin Boah, Junge, wie er dieses Buralardan, dieses Langzieht Dieses Name, sagt man ja oft im Türkischen auch Macht er stabil, Digger Okay, ey, macht er stabil hier Die wechseln sich in der Hook ab Was sehr selten im Deutschrap ist Aber was auch sehr, sehr gut passt hier Okay Bruder, das war's auch schon Mit dem Song Ich sag euch ganz ehrlich, hat mir gefallen Das war die Reaction Macht's gut Leute, haut rein und ciao Bye